Die Rostrappe Die Rostrappe nennt man einen Felsen mit einer ovalen Vertiefung, die einige Ähnlichkeit mit dem Abdruck eines riesenhaften Pferdehufs hat. Dieser Fels liegt in dem hohen Vorgebirge des Harzes hinter Thale und viele Reisende pflegen ihn, besonders der schönen romantischen Aussicht wegen, zu besteigen. Über das Entstehen jener Vertiefung erzählt die Volkssage folgendes. Vor tausend und mehr Jahren, lange bevor in den umliegenden Bergen Raubritter die Heumburg, die Lauenburg, die Stecklenburg und die Winzenburg erbauten, war das ganze Land rings um den Harz von Riesen bewohnt. Diese kannten keine Freude als Raub, Mord und Gewalttat. Fehlte es ihnen an Waffen, so rissen sie die nächstbeste 60-jährige Eiche aus und fochten eben damit. Was sich ihnen entgegenstellte, schlugen sie mit ihren großen Keulen nieder. Im Böhmerwald hauste zu dieser Zeit der Riese Bodo, ungeheuer groß und stark und des ganzen Landes Schrecken. Vor ihm beugten sich alle Riesen in Böhmen und Franken. Aber die Königstochter vom Gebirge der Riesen, Emma, vermochte er nicht zu seiner Liebe zu zwingen. Hier half nicht Stärke, nicht List. Einst sah Bodo die Jungfrau jagend und sattelte sogleich seinen Zelter, der meilenweit Fluren in Minuten übersprang. Er schwor bei allen Geistern der Hölle, diesmal Emma zu fangen oder zu sterben. Schneller als ein Habicht fliegt, springte er heran und fast hätte er sie erreicht, bevor sie es merkte. Doch als sie ihn etwa zwei Meilen von sich entfernt erblickte und ihn an den Torflügeln eines zerstörten Städtleins, die ihm als Schild dienten, erkannte, da wendete sie schnell ihr Ross. Ihr Ross flog von ihren Sporen, getrieben von Berg zu Berg, von Klippe zu Klippe, durch Täler und Moreste und Wälder, das von dem Hufschlag getroffen, die Buchen und Eichen wie Stoppeln umherstoben. So flog sie durch das Thüringer Land und kam in das Gebirge des Harzes. Oft hörte sie einige Meilen hinter sich das Schnauben von Bodos Ross und trieb dann den nimmermüden Zelter zu neuen Sprüngen an. Jetzt stand ihr Ross, sich verschnaufend, auf einem furchtbaren Fels, der heute Hexentanzplatz heißt. Angstvoll blickte Emma, zitternd blickte ihr Ross in die Tiefe hinab. Denn mehr als tausend Fuß fielen senkrecht wie ein Turm die Felsmauern zum grausenden Abgrund ab. Tief unter sich hörte sie das furchtbare Grausen des Stroms, der sich in einem furchtbaren Wirbel dreht. Der entgegenstehende Fels auf der anderen Seite des Abgrunds schien ihr noch weiter entfernt als der Strudel und kaum für einen Vorderfuß ihres Rosses Raum zu haben. Da stand sie zweifelnd. Hinter sich wusste sie den Feind, den sie Ärger hasste als den Tod. Vor sich sah sie den Abgrund, der seinen Rachen weit vorher auftat. Jetzt hörte Emma von Neuem des Schnauben von Bodos keuchendem Ross. In der Angst ihres Herzens rief sie die Geister ihrer Väter um Hilfe und ohne sich länger zu besinnen, drückte sie ihrem Zelter die langen Sporen in die Seiten. Und das Ross sprang, sprang über den tausend Fuß tiefen Abgrund hinweg, erreichte glücklich die spitze Klippe und schlug seinen Huf vier Fuß tief in das harte Gestein, das die stiebenden Funken wie Blitze das ganze Land umher erhellten. Das ist jener Ross-Trab. Die Länge der Zeit hat die Vertiefung kleiner gemacht, aber kein Regen kann sie ganz verwaschen. Gerettet war Emma nun. Doch die schwere goldene Krone der Königstochter fiel, während das Pferd sprang von ihrem Kopf in die Tiefe hinab. Aber Bodo, der nur Emma und nicht den Abgrund sah, sprang der Fliehenden auf seinem Streitroß nach und stürzte in den Strudel des Stroms, der von da an den Namen Bode trug. Und hier soll er nun, in einen schwarzen Hund verwandelt, die goldene Krone der Prinzessin bewachen, damit kein Beutegieriger sie aus dem wirbelnden Schlund heraufhole.